Hallo, liebe Deutschlernende! Heute sprechen wir zum dritten Mal über einen deutschen Philosophen, Hegel. Hegel. Wer war Hegel? Ich weiß ehrlich gesagt nicht so viel über Hegel, aber dies ist, was ich weiß. Er hat die Geschichte analysiert und sich überlegt, wie bestimmte philosophische Vorstellungen die Geschichte beeinflussen. Und er hatte die Idee von der These, der Antithese und der Synthese. These, Antithese, Synthese. Jemand macht eine Behauptung. Das ist eine These. Dann kommt jemand mit einer Gegenbehauptung. Er behauptet praktisch das Gegenteil. Das ist eine Antithese. Und dann kommt es im Laufe der Zeit zu einer Einigung. Und das ist eine Synthese. Die einen glauben das, die anderen glauben etwas anderes. Aber in der Geschichte war es meistens so, dass der Kern der Wahrheit, jede Aussage, die halbwegs intelligent ist, hat einen wahren Kern, finde ich. Und was Hegel gesagt hat, ist praktisch, dass dieser wahre Kern überlebt und dann hat man eine Synthese. Man hat eine neue Theorie, eine neue Philosophie, die das Beste von beiden Seiten mitnimmt. Politisch sind viele Länder heutzutage sehr gespalten. In Deutschland, in Amerika. Und das ist auch ein Beispiel von These und Antithese. Die einen sind der einen Meinung, die anderen sind der anderen Meinung. Und wenn wir Glück haben, kommt es in nicht allzu langer Zeit. Wenn wir Glück haben, kommt es in einer Zeit, die nicht so weit in der Zukunft liegt, zu einer Einigung. Und wir haben eine gewisse Synthese, dass die Leute wieder miteinander reden und sich auf etwas einigen, wo die meisten Leute zustimmen können. Das hoffe ich für Europa, das hoffe ich für Amerika, dass wir eine Synthese haben. Ja, dass es nicht eine These gibt, eine Antithese und die beiden Philosophien sind komplett verschieden, sondern dass es mit der Zeit eine Synthese von beiden Ideen gibt und dass der Kern Wahrheit, der in beiden Aussagen steckt, erhalten bleibt und eine neue Idee entsteht. Das ist ja praktisch ein Kompromiss, falls man einen Kompromiss finden kann. Okay, das war Hegel. Ich weiß nicht sehr viel über Hegel. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt nicht zu viel erzählt habe, was unwahr ist. Wenn du mehr über Hegel erfahren möchtest, dann lies lieber Bücher über Hegel, anstatt auf mich zu hören. Okay, das war alles, was ich über Hegel weiß. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns morgen. Tschüss!